Wir hatten ja den Jogi Löw für heute Abend eingeladen, der sagte, das ist leider verhindert wegen dem komischen Spielgleich. Aber wir haben unter uns ja genügend gute Sportler, haben wir in den Oliwood hier eingeladen und haben gesagt, wir wollen heute gucken, dass ultimative aus dem ZDF bekannte Torband schießen, hier simultan nachdrehen und wir, komm, den packen wir zusammen, weil der so schwer ist, wir haben den offiziell Europapokal, den noch nicht gezahlt. Heute ist er hier, genau, nur für heute Morgen. Das ist der Pokal, ne? Wir haben eine für EM, für WM ist ein bisschen größer, ne? Ja, wir haben gesagt, drei unten, drei oben, wie immer. Oli, du darfst anfangen, weil du der Erste bist. Kein Problem. So, ich lege den Ball, hier auf den Punkt. So, wir dürfen jetzt, wir dürfen, wir haben gewählt. Jetzt geht das auch. So, soll ich noch ein bisschen fit machen? Möchtest du denn hier, da ist so die Markierung, dann kannst du den Ball so hinnehmen. Wo soll ich denn zuerst? Drei unten? Drei unten. Drei unten? Was ist denn mit dem Ball? Drei unten, guck mal. Oh! Du musst aber ein bisschen extra. Ja, warte, ich war schon einmal unten. Ja, das ist wie eine Sportshow hier, ne? Komm, komm. Pass auf, komm. Und anfangen. Jawohl! Ja! Mann! Zwei, drei, drei unten waren das jetzt. Also gestern bei der Probe hast du noch drei unten gedrungen, die einspielen lassen. Das sind drei, erst mal drei unten, jetzt ist es wieder. Jetzt ist es wieder. Warte, jetzt ist es wieder. Jetzt halt, jetzt wieder geht. Ich hab ja wieder so die Wand getroffen, du Bratzel, ey. Hier, trainier erst mal, nimm die Dinger, holz. Super, hier, musst du den Dacken zacken. In den Beinen, alles. Guck mal, und jetzt? Ja, siehst du, schon viel besser wie gerade. Da kriegst du nur die Dinger. Mann, gestern habe ich 24 Mal hintereinander unten getroffen. Kann doch wohl nicht wahr sein. Irgendwie waren die Löcher gestern großer. Nee, da war der Stoff nicht da drin. Nee, 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 nee. Genau, der Televisier! So, gehen wir mal jetzt. Nee, warte mal. Da ist die Chance, da mal durch den Stoff zu schießen. Und? Ah, was Treffer! Das ist nur das Putter. Glaub mir, das ist psychos. Da geht's nicht. Oh, ich soll doch rein. Ja, es ist der! Nee, 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 das war Schiebung. Das war Schiebung. Du hast dir da was gegeben, jetzt hat er dich getroffen. Doppel. Das war Schiebung. Drei Mal oben. Drei Mal oben. Volle Möhre da oben! Du hast so viel von den Tornzeugen. Ja, kein Seher. Mach dir jetzt einen Anreiz. Mach dir jetzt einen Anreiz. Jetzt ist er voll der Mütze. Pass auf! Na, schade! Pass voll rein! Ha! Na ja, das Ding! Komm her! Komm nur mal! Und... Die Sache wollte ich drüber schon mal trenzen! Komm da weiter mit der Handkern! Ist doch egal! Komm, sein Treffen! Kannst du da mal rausgucken? Mit dein blöden Gesicht kann ich besser treffen! Ich lobe dich! Komm, mach! Da guck! Ich meinte, der war gut! Der war klasse! Der war auf dem Hü! Da darf ich! Aber jetzt! Du musst da links oben! Arschloch! Nicht Arschloch! Ja, du! Weiß das! Ja, sag ich! Der ist fast reingegangen! Was? Ey! Wie beim Bielekast! Hast du dir gesehen? Was? Jetzt hau dich so auf den Putz hier! Was? Mach locker! Jetzt lässt die Wirkung nach hier! Pass auf! Gib mir noch mal ein bisschen! Ja, gib mir noch mal ein bisschen! Was hat das gekostet? Was? Ja, ich will sagen! Leute, ich hab Puppe gespielt! Das sag ich auch! Aber glaub ich, ich schnippt das Gewehr! Ja, ich schnippt den! Ja! Ja! Ich will sagen! Leute, ich hab Puppe gespielt! Ja, sag ich auch! Aber glaub ich! Ich schnippt das Gewehr! Geil! Das brauchen wir auch nur! Das ist geil, ne? Von Vita Kraft! Guck mal! Mit Vita kannst du nicht, dass du nur noch die Kraft hast! Mal, Olli, weißt du eigentlich, was ein Holländer mit dem Schwert in den Rücken ist? Nee! Ein Gesenspieker! Boah! Da steht man nicht! Die spielen heute mit zwei Beinen! Oder mit drei! Oder mit einem Holländer im Kettenkarussell? Nee! Wolltest du ja fliegende Holländer oder was? Nee! Die Gesenschleuder!